Ob automatisch, ob produktorientiert, keywordorientiert und, und, und. Wichtig ist, dass du die, das habe ich bei Partnern gesehen, die einfach mit der Zeit faul geworden sind, die haben es einfach mal ein, zwei Wochen laufen lassen und dann einmal ein, zwei Wochen mal reingeschaut. Du musst täglich da reinschauen. Es ist einfach so, dass je nachdem, was für Einstellungen du hast, wenn du das jetzt zum Beispiel so einschätzt, dass du sagst, hey, das ist das Keyword, das ist der maximale Preis und fertig. Dann ist natürlich nicht großartig viel, was du da kontrollieren kannst. Du musst aber natürlich schauen, okay, generiere ich überhaupt Sales, wenn ich diese Einstellungen drin habe oder nicht. Man wird natürlich verschiedene Werbeanzeigen haben, wo man auch probiert mit automatischen und, und, und. Und da ist es einfach so, dass du einfach schauen musst, gebe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das Produkt hier drin habe, gebe ich da Geld aus für Herrengeldbörse, was jetzt aber Damengeldbörse ist und dann generierst du bei Herrengeldbörse vielleicht 200 Klicks und das Produkt wird angezeigt. Du hast aber keine Verkäufe, weil es Herren ist. Es ist natürlich eine Sache, die du einfach täglich beobachten musst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du dann einfach sonst viel Werbegeld zahlst. Punkt Nummer 10. Es gibt verschiedene Marketingagenturen, nicht die PPC-Agenturen, also die internen Amazonagenturen, sondern externe Agenturen, die viele Partner von uns kontaktiert haben und gesagt haben, hey, ich mache für dich das Marketing, du gibst mir so und so viele Prozente und du musst nur monatlich 2.000 Euro ausgeben. Das Problem war bei diesen Marketingagenturen, dass deren Ziel einfach war, ich rede jetzt von 99 Prozent, es wird auf jeden Fall da irgendwo draußen Agenturen geben, die gut sind. Ich rede aber von den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Bevor ich hier wieder 1.000 Kommentare bekomme mit, schmeiß nicht alle in einen Topf und keine Ahnung was. Wenn du allgemein Fragen hast, schreib die auch in die Kommentare rein. Ich werde mir das alles anschauen, ich werde die beantworten, werde vielleicht nochmal ein anderes Video dann dazu machen. Folg mir aber auch auf jeden Fall auf Instagram, damit du auf dem neuesten Stand gehalten bist, was das ganze Thema angeht. Ich poste immer wieder verschiedene Zahlen und verschiedene Produkte und, und, und zum Thema Amazon, aber zum allgemeinen, zum ganzen Thema Online Geld verdienen. Also bei den Marketingagenturen war das so, dass einige Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die waren aber nicht feste Partner, es gibt verschiedene Partner bei uns. Es gibt einmal Partner, die zu uns kommen und sagen, hey, ich habe da ein Budget von 10.000 Euro, ich würde gerne ein Produkt launchen, ich brauche das Marketing, ich brauche das ganze Paket. Die bekommen dann von uns alles auf einen Haufen. Also wir gehen dann hin zum Lieferanten in der Türkei zum Beispiel oder in China, produzieren das Produkt, geben denen das Produkt, suchen auch das Produkt für die, beteiligen wir uns natürlich auch mit gewissen Prozenten. Da haben wir einmal Partner. Dann haben wir einmal Partner, die haben bereits ein existierendes Produkt, die sagen, hey, ich möchte einfach, dass du das pusht, aber dass du natürlich noch unser Produkt mit in deinen B2B-Zweig aufnimmst, dass wir deren Produkte über stationäre Geschäfte verkaufen, über eigene Shops verkaufen und, und, und. Das ist auch nochmal ein Bereich, wo wir sehr, sehr viel machen. Und da ist es einfach so, dass ich von den Partnern oft gehört habe, dass die vorab mal mit Agenturen zusammengearbeitet haben, das sind Amazon-Werbeagenturen oder allgemein Werbeagenturen, dass die ein monatliches Budget hatten und dann einen Vertrag eingegangen sind auf ein Jahr, zwei Jahre, wo die monatlich 2.000 bis 5.000 Euro bezahlt haben. Und wenn du so einen Vertrag eingehst, wo du sagst, ich zahle jetzt jeden Monat auf 1, 2 Jahre, 2, 3, 4, 5.000 Euro, kann das natürlich ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Es kann auch gut laufen, weil wenn du zum Beispiel dein Werbebudget auf 2.000 Euro monatlich setzt und du generierst diese Sales, dann ist das ja kein Thema, dann kannst du auch 50.000 Euro im Monat ausgeben. Das Problem war aber, dass die ein Produkt hatten beispielsweise. Die sind zu der Werbeagentur gegangen und haben gesagt, ich würde gerne das Produkt pushen. Die haben gesagt, ja klar, machen wir. Dein Budget sind 2.000 Euro im Monat. Hier ist ein Vertrag für eineinhalb Jahre oder zwei Jahre oder ein Jahr. Dann war das so, dass die das zwei, drei Monate bezahlt haben und dann gemerkt haben, hey, das rechnet sich alles gar nicht. Ich mache nur Verluste. Die haben aber dann noch diesen Vertrag, dass sie noch ein, zwei Jahre dieses Werbebudget zahlen müssen. Das heißt, die mussten weiterhin, sind vertraglich gebunden, jeden Monat 2.000 bis 5.000 Euro zu zahlen, obwohl dieses Produkt schon gar nicht mehr existiert. Das hat einfach nicht funktioniert. Das waren einfach nur Verluste. Und das ist natürlich dann immer wieder, das sind Rechtsstreite rein und alles Mögliche. Das sind Sachen, worauf ihr aufpassen müsst. Das heißt, wenn jemand zu euch hingeht und sagt, hey, du musst dieses Werbebudget einhalten für die nächsten ein, zwei Jahre und das Vertragliche und alles, würde ich immer die Finger davon lassen. Das ist immer einfach zugewagt. Was du mit denen aushandeln kannst, kannst du ja mal versuchen, wenn dich so eine Agentur mal kontaktiert und sagt, kannst du das für uns machen? Du kannst sagen, ja, okay, aber nur, wenn ich da auch Gewinne generiere und auch wirklich Sales und alles Mögliche, dass sich das Ganze auch für mich rechnet. Und du musst auch immer wieder beachten, Sales ist nicht dasselbe wie Gewinne. Also wenn eine Agentur dir sagt, wir garantieren dir monatliche Verkäufe von 10.000 Euro Umsatz, das aber die Werbekosten überspringt. Also du musst das immer rechnen. Du musst dir rechnen, hey, dieses Werbebudget, was ich eingehe von zum Beispiel 2.000 Euro und die garantieren mir 10.000, es wird dir aber nie jemand irgendwas da garantieren bei den 10.000, 15.000 Euro Umsatz. Dann kannst du das ungefähr ausrechnen und sagen, ja, okay, das kommt schon hin, das machen wir so. Sei da einfach immer ganz, ganz vorsichtig bei diesen monatlichen Verträgen auch auf einem langen Zeitraum. Bei uns ist es so, wenn wir zum Beispiel mit Partnern etwas aufbauen, rechnen wir vorab immer alle Kosten. Das heißt, wenn ein Partner sagt, hey, ich würde gerne bei Amazon starten, ich habe aber kein Produkt, gar nichts, dann suchen wir das Produkt, alles Mögliche, rechnen dir einmalig aber alle Kosten aus. Das können dann 10.000 Euro sein, das können 5.000 Euro sein, das können 50.000 Euro sein. Es kommt immer darauf an, was für ein Produkt du haben willst. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass du für 5.000 Euro, wenn du ein Produkt launchst mit Werbeanzeigen, Produktkosten, Import, Analyse und, 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 alles drum und dran, das ganze Paket, kannst du nicht erwarten, monatlich 70.000 Euro umzusetzen. Das heißt, je nachdem, was du erwartest, passen wir das Produkt natürlich auch an. Punkt Nummer 11. Probleme bei Schulungen. Wir haben oft Personen gehabt, die zu uns gekommen sind, die haben aber auch noch eine Schulung gebucht. Bei uns ist es so, dass wir nicht direkt, wir haben, wir schulen natürlich auch die Person, aber bei uns ist einfach primär im Vordergrund, dass wir zusammen mit den Partnern ein Business aufbauen, dass wir gemeinsam dieses Produkt auf den Markt bringen und in dem Prozess lernst du natürlich alles. Es gibt, wir haben viele Partner gehabt, ich will jetzt keine Namen über andere Coaches oder sonst was nennen, weil Schulungen sind gut, also es ist nichts Schlechtes, es kommt ja auch immer auf die Person an, wie setzen die das um, was die in den Schulungen gelernt haben. Ich habe das ganz oft mitbekommen, dass Personen Schulungen irgendwo gebucht haben für 4.000, 5.000 oder 8.000 Euro Amazon-Schulungen bei verschiedenen Coaches, die aber das Problem hatten, dass die einfach kein Produkt gefunden haben oder die ein Produkt gefunden haben, die haben dann 4.000 Euro da rein investiert oder 5.000 Euro in das Produkt investiert und das Produkt lief dann nicht und dann mussten die natürlich wieder Ware einkaufen, wieder einen Investment tätigen und tun. Das ist ein Problem, das wir gelöst haben und da sind wir momentan einfach einzigartig auf dem Markt, dass wir gesagt haben, wir suchen vorab die Produkte, das heißt, wir gehen natürlich etwas auch auf die Wünsche ein, aber wir empfehlen das nicht. Ich empfehle immer, nimm die Produkte, wo wir einfach diese Analysen und die Recherchen schon vorab gemacht haben, weil dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du zum Beispiel zu uns kommst und sagst, hey, ich würde gerne dieses Produkt launchen, ich würde gerne ein Produkt launchen, mir ist aber egal, was es ist, ich will einfach nur ein Produkt haben, das funktioniert, das gut ist einfach zum Einstieg. Und wir sagen dir, okay, du brauchst jetzt für dieses Produkt, für Marketing, für Schulung, für alles drum und dran, brauchst du 10.000 Euro und wir garantieren dir dann alles aber. Also bei uns hast du, wenn du das machst und wir sagen dir, hey, du brauchst dieses Budget, garantieren wir dir, dass dieses Produkt funktioniert. Wenn es nicht funktionieren sollte, würdest du von uns gratis ein weiteres Produkt bekommen. Das ist ein Problem, was wir auf dem Markt gelöst haben und da sind wir momentan einfach einzigartig mit. Deswegen musst du schauen, Schulungen sind nicht schlecht, Schulungen sind auf jeden Fall gut. Alles, wo du dich weiterbildest, ist gut. Du musst einfach nur beachten, dass auch wenn du lernst, welches Produkt gut ist, welches nicht und sonst was und wie du ein Produkt findest und wie du es ermittelst und, und, und. Ich mache das schon 17 Jahre, kaufe ich Produkte in den verschiedenen Ländern ein. Du wirst, es gibt noch weitere Fehler auch, die man beim Produkteinkauf machen kann. Ich gehe jetzt gerade hier speziell einfach nur auf Amazon ein, wo du einfach aufpassen musst. Deswegen, wenn du irgendwo eine Schulung machst für 5.000 Euro, rechne nicht damit, dass wenn du dann noch 3.000 Euro in ein Produkt emissierst, du bei ungefähr 8.000 Euro bist, dass dieses Produkt sofort funktioniert. Rechne einfach damit, dass das auch nicht funktionieren kann, dass du vielleicht mal in ein anderes Produkt wieder investieren musst oder sonst was. Punkt Nummer 13. Wir haben nur 16, wir sind gleich durch. Das ist jetzt hier, oh, 25 Minuten. Also, such dir keine Produkte, die eine hohe Retourenquote haben. Das ist ganz oft bei Textilien der Fall. Du hast ganz oft, wenn du elektronische Produkte in China produzierst und da mal irgendwie was nicht funktioniert, kann sein, dass auf einmal alle nach 4 Monaten zurückkommen und du dann eine Retourenquote von 80% hast. Deswegen achte darauf, dass du Produkte benutzt, die einfach keine hohe Retourenquote haben. Oder wenn du Produkte hast, die eine hohe Retourenquote haben, rechne einfach diese Retouren mit ein auf deinen Preis, damit sich das Ganze am Ende lohnt. Und wir haben schon den Fehler gemacht im Textilbereich, dass wir einfach da unglaublich viele Retouren haben. Im Textilbereich hat einfach diese Retouren, da kannst du einfach nichts dran ändern. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller machen. Punkt Nummer 14. Es gibt Produkte, die einfach günstig sind in der Anschaffung, sind aber im Marketing sehr, sehr teuer. Das ist ganz oft im Handy-Zubehör, im Laptop-Taschen-Zubehör oder sonst was. Also in diesem ganzen Elektromarkt-Zubehör, weil der einfach vom Preis her ist. Es ist sehr, sehr günstig, so eine Silikonhülle oder sowas zu kaufen, zu produzieren. Wir produzieren die für 11 Cent. Die kannst du irgendwo auch schon für 20 Cent, 25 Cent kaufen. Bei Alibaba vielleicht für 50 Cent oder so. Du hast sehr, sehr geringe Einkaufspreise und ein sehr geringes Budget, um da reinzugehen. Aber der Markt ist schon so übersättigt und der Markt, es ist einfach so teuer, dass du da auf die erste Seite kommst mit diesen günstigen Produkten, dass du das gleich sein lassen kannst. Oder du hast da eine Fehlinvestition. Und ich habe viele schon erlebt, die uns angerufen haben und gesagt haben, ja, ich habe mal ein Produkt probiert. Und das war fast immer im Handy-Zubehör, Laptop-Zubehör, irgendeinem Elektro-Zubehör, die das bei Alibaba bestellt haben, 1.000, 2.000 Euro, 500 Euro und gesagt haben, ey, ich habe gar keine Sales, ich habe schon so viel in Werbung investiert und, und, und. Das ist ein Markt, da lassen wir selber auch die kompletten Finger von. Was Amazon angeht, wir haben natürlich auch viel Zubehör, die Schutzhüllen, die wir produzieren und, 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 alles Mögliche, die wir in China produzieren, die verkaufen wir bei uns im Großhandel an Tankstellen, an verschiedene Geschäfte, Kioske und, und, und. Dafür ist das Business natürlich ganz gut. Nicht jedes Produkt eignet sich für Amazon, aber dann für einen anderen Markt. Punkt Nummer 15. Erst ein Produkt richtig ranken. Fang nie gleichzeitig mit 10 an, zig Varianten und, 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 alles Mögliche. Fang mit einem Produkt an, rank das richtig hoch, siehst du, dass du 10 Suchbegriffe hast, damit du mit diesem einen Produkt auf der ersten Seite bist und dann kannst du dir erst Gedanken um das nächste Produkt machen. Also nie viele Produkte gleichzeitig starten, das ist einfach vom Marketingaufwand her mega, mega, mega teuer und wenn du überall so ein bisschen Sales hast, ist das nicht so gut, wie wenn du ein Produkt hast, das richtig, richtig weit oben ist, weil dann generierst du richtig, richtig hohe Sales, 100.000 Euro mehr im Monat. Der letzte Punkt, wir haben es geschafft, Leute, fast 30 Minuten, es sind aber wichtige Punkte, wenn du ein Business starten willst, ist es wichtig und ich habe mir diese Zeit genommen und ich will euch einfach diese ganzen Punkte lernen. 16. Punkt, letzter Punkt ist, versuch niemals out of stock zu gehen, weil dein Ranking wirst du dann verlieren. Also du wirst viele, viele Ranking-Punkte verlieren auf Amazon, wenn du mit deinem Produkt out of stock gehst. In einem Online-Shop, wenn wir auf Online-Shops Produkte verkaufen, wir schreiben Ausverkauf, kommt das immer wieder gut an, wenn wir das Produkt wieder launchen und den Kunden Newsletter schicken oder auf Insta-Posten, das Produkt ist wieder aktiv, dann rennen die uns immer wieder die Bude ein. Das Prinzip funktioniert aber bei Amazon nicht. Amazon denkt sich einfach, dieser Händler hat keine Ahnung, wie er seine Waren einkauft, er kriegt es nicht mal geschissen, da neue Ware zu bestellen und dann werden die dich ganz, ganz weit erstmal nach hinten schieben. Deswegen, achte drauf, niemals out of stock zu gehen, versuch immer wieder dein Kapital zu reinvestieren in einen höheren Lagerbestand und dann bist du auf der sicheren Seite. Die 16 Punkte hier sind mega, mega wichtig, das sind alles Fehler, die wir gemacht haben oder die auch Partner von uns gemacht haben. Deswegen, achte darauf, diese Fehler einfach nicht zu machen. Folg mir auf Instagram, wenn du noch Fragen hast, schreib die einfach auch in die Kommentare. Wenn du Interesse hast, dir ein Amazon-Business mit uns zusammen aufzubauen, kontaktiere uns da. Wenn du ein anderes Online-Business starten willst, wir sind vor allem im B2B-Bereich und im Amazon-Bereich aktiv. Das heißt, wenn dich diese beiden Geschäftszweige interessieren, kannst du uns gerne kontaktieren. Wenn du deine eigene Marke irgendwo produzieren willst, wir haben ein Office in China, wir haben ein Office in der Türkei, wir helfen dir da sehr, sehr gerne. Kontaktiere uns einfach über Instagram, schreib uns einfach an. Bis dann, alles, alles Gute, dein Mike.